ARD Text im Auftrag von Funk Gumbit, look out Grab it, these arrows Riesen Teil hat ihn geschnappt I know, the truck Arcade? I have to go out of it X-Men depend on me Get ready Spider-Man Jetzt geht sich die ab, Alder Kommt zum ersten Mal mit Spider-Man And the X-Men Oh, da spielt sie aber schon wesentlich einfacher Also smoother Spider-Man hat noch diese Steroide genommen Zack So sieht Spider-Man aus Schön schlachsig Das ist mit Spider-Man Normalerweise kann nichts passieren Das sieht aus wie ein Spiel, was ich gespielt habe Auf dem Wow Auf dem SNS Auf dem Game Boy Sein Kopf bleibt gerade Guck mal, er hält sich auch fest, wo es geht Das ist Spider-Man Ja, Mann, der sieht zwar aus wie ein Schwuler Panda, aber Ich kann nicht nur noch spielen Müssen da klettern Immer gezockt als kleiner Zwei Bierkästen hoch das Spiel Zwei Bierkästen? Nie über 2.11 hinaus gekommen Und nie verstanden wie es geht Ich hab auch keinen Plan was hier tun müssen Der kann sich auch wenigstens überall festhalten Das ist Spider-Man Sie haben schon 500 Punkte Ah Ah Was ist das hier? Der explodiert bestimmt Nee, das macht nicht Kann man da drauf wenigstens? Er kann auch nicht Er kann auch nicht boxen Er kann nicht boxen, Mann Ja Oder? Spritzen und schwingen Er kann nur abspritzen, Alter Ich glaub auch nicht, was ich hiermit machen muss Ich hab auch nicht, was ich hiermit machen muss Ich hab mit dem Schnee was machen Kann die irgendwie aktivieren oder so? Pause Mucke geht ab Oh, Alter Boah, gezielt in den Schuss gesprungen Respekt Bitte Du musst dann Spider-Sense folgen Und die jeweils leuchtenden Dinger bestätigen Okay Oh, fuck Das heißt, ich muss ein bisschen später nochmal Ich bin wahrscheinlich schon zu weit gelaufen Ja, wahrscheinlich Fuck Fuck Muss ich da komplett hoch Der läuft, ey Sein Kopf ist gerade Das sieht irgendwie gut aus Aber Ich meine auch für den Super Nintendo Aber grafisch komplett anders Komplett anderer Ansatz Mh Alter, oh nein Wir müssen auf dieser Karte Immer das leuchtende Ding finden Im Ernst Alter, auf so einer Map Guck dir das mal an Wie verschnörkelt das ist, Mann Verschnörkeli-Lockeli Mobskex hat das sogar mal durchgespielt Ehrlich? GG, Alter Okay, Spider-Sense Ah, Spider-Sense Oh shit, ernsthaft, Alter Ah, really? Da oben ist der Pfeil, ne? Der zeigt ja an Boah, das ist richtig mies, Mann Hä? Boah, ist das ätzig Was soll ich denn da rüberkommen? Was für einen Grund? Ja, du hast doch gehört Gute Nacht, Mr. Pieper Er kann auch nicht beim Springen Kann er nicht schießen Das ist richtig ätzig Er rastet voll aus Wenn du in der Nähe bist Nee Er ist nach oben Er ist nach oben, oder was? Da Jetzt rastet er wieder aus Da, 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 da Überhaupt nicht penetrant Das Geräusch Jetzt bestimmt nach unten Das ist halt mega schwer Alter, der hält sich automatisch fest, Mann Und du springst dann nach unten Boah, was für ein dummes Spielprinzip Ohne Witz Ist das Kacke Wo ist das Kacke? So alles, was man an Spielen hasst Du sammel einfach alles ein Und dann hast du ein permanent dummes Geräusch Was dir richtig auf den Spielen geht Alter, was ein Dreck Ahhhh Er kann nicht schwingen Das ist so ein dummer Affe Der kann in der Luft nicht schwingen Ey, boah Okay, jetzt hat er durchgespielt Ey, ist das Ist jedes Level so? Jedes Kacke Level ist so? Ne Alter Das war jetzt gemein, Mann Ich wollte auf diesen Ding klettern Auf diesen Fahnenmaster Der kann ja gar nicht auflaufen Der kann ja gar nicht auflaufen Kann ich Ey, warte Der kann zwei Sachen Original zwei Sachen kann der Was ist denn das für ein Spider-Man? Oh, es spielt sich aber okay Aber, oh, warum? Streuung ist okay, sagt er Ja Guck mal, läuft doch Guck mal, wie wild der Hintergrund aussieht Manni, was ist denn das? Musst du vorher springen vielleicht? Der kann nicht springen und schießen gleichzeitig Nein, schwingen und dann irgendwann eher springen Hä? Ja, aber das funktioniert nicht Guck mal, wie der Hintergrund aussieht Ja, das sind nämlich auch Drogen Mann, Alter Nullass, ey Blöder Affe, Mann Ich bin doch gerade drüber gekommen, oder nicht? Ey War das da oder weiter unten? Da kann sein, dass er weiter unten war Ja Jetzt endlich! Mann! Du kannst wahrscheinlich so lenken dann Ich lenke die auch gleich ein Wenn du schwingst Ich schwing auch gleich Sag ja nur Oh, guck mal hier, direkt Alter, Leute Wo will der hinten? Nach oben Oh, wenn der nach oben will Wo hast du gesehen, dass der nach oben will? Der hat ausgeschlagen Ich schlag auch Wie viel da? Oh Gott Oh Mann Ey, ein fucking Gegner Und ich springe diese Kugel von dem Honk Wieso? Ich kann nicht nach oben schießen Ich kann den gar nicht besiegen Oh, noch ein höher Hey, was ist das denn? Oh nein Noch ein höher Ah Zwei Knöpfen Ich such den falschen, Alter Ich muss noch ein höher Er ist ja kacke, ey Was ist das vor allen Dingen? Wo sind wir hier? Was ist das? Man erkennt ja nicht mal, was ist das? Ist das nicht ein Haus? Was ist das? Kackos Das ist ein Badezimmer Weil er wieder wegfliegt, ne? Aber Heidewitzger Da hält er sich nicht fest Wo er sich festhalten soll Ja, ehrlich Wenigstens ist das Spiel so dankbar Und macht dann so ein paar nebeneinander Aber wo muss ich jetzt so einen tiefer wahrscheinlich hin? Wahrscheinlich hier, ja Alter Oh, fuck you Fuck you, Spiel Fuck you, Sir Das könnte man let's playen Ist immer auch Ist auch immer was Neues Innovatives dabei Ja, ja, schön Dann mal andere Karten Ey, wir spielen für eine Scheiße in die nächste hier rein jetzt Aber das letzte Spiel wird gut Oh, Alter Ah Das ist So Steuerung auf Doom, ey Bestimmt nach unten Ja Ja Da ist er dankbar Und jetzt zur Richtung Ja Genug ja, Alter Okay Okay Du musst wieder ganz zurück Und dann eine Tatsche tiefer Ernsthaft? Ja, das ist wie bei Alien Isolation Wo du dann die ganze Zeit auf eine Richtung rennst Und dann irgendwann sagt der Speer Ja, hast du gut gemacht Aber jetzt geht's wieder komplett zurück Und du denkst so, ja, ja Ich hasse dich sehr War das hier schon, oder? Ne, hör noch Echt? Oder? Doch Ich glaub schon Du weißt, dass jeder Fehler hier in eine Stunde bauen kann Ah, ist doch ganz schön hoch Warte, war doch grad nicht so hoch Nee, nee, der war's nicht Hä? Aber was ist hier? Mach gucken Alter Hier grüne Hier, von hier komm ich doch Ach doch, von hier ist doch die Arschstelle Ah, guck mal, man könnte, wenn man wölte Wenn man wölte Aber hier gibt's doch gar nichts mehr, oder? Doch, das eine Icon brauchen wir jetzt gleich Aber da komm ich nicht von hier aus hin, oder? Das Level-Design, ey Aber wo wir eben die ganze Zeit versucht haben, hochzukommen Wir hätten also auch ein Tiefel gehen können Das ging nicht Darf er das? Das darf er Warum dürften die das? Ah, läcklicher Marsch! Nimm doch einen anderen, die gehen doch alle Haben wir doch gelernt Spiderman, ich bitte dich Ich bitte dich, schwing und spring Schwing und spring, danke Danke, du menschliche Spinne Der Spinnen-Mensch Der Spinnen-Mensch Spiderman schlägt zurück Hongkong Mission Oder wie heißt das? Hongkong Mission Oder wie heißt das? Klappe, du hieß nicht Hongkong Mission Naja Anders Hongkong Mission Komm, wir gucken Spiderman mit Hongkong Mission Ey, das zu Habe ich festgestellt Das ist ein ganz schlaues Score Jetzt kann ich hier nirgendwo hin, ne? Ah ja, du musst doch ein höher Boah, Alter Was hat denn jetzt in die Luft geschlagen? Hat den irgendwie... Er hat den Hintergrund gesehen und war verwirrt Alter Alter Das ist so anstrengend Die Mucke, was ist denn? Haben sie original Peter Parker Stimme genommen Du musst da einsprechen Wir brauchen einen guten Synchroniseur Kevin, du bist dran Danke, Kevin Danke, Kevin Reicht jetzt, Kevin War das vielleicht? Vielleicht Ne, ich glaube hier war es Ne Alter Dieses Level ergibt keinen Sinn Also die ganze Zeit hier Ne Doch Nein Ah, weiter links Kehr drunter Weiter links Hier hoch Ne Wie kommen wir denn da hin? Weiter oben links Vielleicht Boah, fick dich! Haha, du bist gleich tot, Alter Pass ein bisschen auf Zwei Gegner und ich sterbe, Alter Ja Ey, wenn wir das alles... Aber wir sind auf richtigem Weg Wenn wir das alles nochmal machen müssen Dann bin ich leider sehr traurig Dann hat sich das Spiel ausgeschrieben Dann hat sich das Spiel ausgeschrieben Wie kann man Wolverine spielen? Herz! Das soll ich nicht sagen Na ja, jetzt heißt der Styleman und X-Man Also Wow, sehr innovativ Danke, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder zurücklaufen, ne? Ja klar Das ist so klar Warum nicht der? Nein, nein, nein Da saß der kleine Yoshimito Kazuko Kazuko saß dann einfach ganz schlau vor seinem WC Ich dachte mir nicht so hin Nein, nein Nicht der nächste Warte, gegebenen Moment Vielleicht ist es jetzt der nächste Ah, nein, nein, nein Ich wüsste das Ich kenn doch den Yoshimito Kazuko Den Kazuko, den Kleinen Da müsste man echt gucken Ja, da hat er sie jaten Er geht nicht herauf! Sprich, lass das raus! Es ist eine richtige Abwachqual gerade Ey, guck mir das an Ey, das macht einen richtig sauer Oh, danke lieber Gott Das war nicht so gedacht Äh Wahrscheinlich hat das Spiel noch nie einer so weit gespielt Schon wieder einer oben Ja genau, niemand kam soweit Außer Mopskix Mopskix hat das wahrscheinlich programmiert Das ist sein Onkel Yoshimito Kazuko Mopskix ist eine die Ich glaub, jetzt müssen wir da klappen Vertrau mir Ja doch, ich glaub Den hab ich gern brauchen Oh, du kannst hinknien Einere Eindruck Das war eine Runde Okay Ah! Ja! Well done, Spidey! You were the best! Go, suck yourself! Oh nein, die ist mir in den Gefangen genommen. Und Spidey pisst an die Wand. Ja! Spiderman pisst an die Wand. Ich kann ihn nicht mehr. Man sieht es gar nicht. Peter Parker. Oh Gott. Was war das denn jetzt bitte? Oh hier, guck mal. Freelance-Fotographer. Freelance-Fotographer. Jetzt haben wir ein Steckblief von ihm bekommen, nachdem wir durch sind. Get ready, Spidey! Oh, fuck. Ey, das wird eine richtige Herausforderung für mich. Aber man kann nicht nach oben schießen, Mann. Warum nicht? Weil Spiderman ist, Mann. Ah! Oh, der kann auch zur Seite werfen. Alter, wieder zur Seite wir. Er ist richtig smart. Smarty-Mix, smart. Dieser Hintergrund auch. Der macht nicht zu spät. Oh, was ist das? Oh, Stachel! Das tut ja weh. Okay. Warte mal, fuck yourself! Halt dich doch an der Wand fest! Er kann bei den... Ich weiß nicht, glaube ich. Dann kann er nicht klettern. Ernsthaft? Geht nicht. Kann er nicht. Er kann nur bei Gradenbänden klettern. Okay. Wir müssen jetzt diese gelben Dinge einsammeln. Aber ich hab doch jetzt die anderen Bescheid, oder nicht? Nee, du hast noch an die Wand gepisst, wo die Gefangenen waren. Oh! Ah! Dude! Man muss das so versuchen! Aber ich muss wahrscheinlich noch verstehen. Aber wir müssen wieder was Neues einsammeln. Alter, jetzt hab ich gedacht, ich knall da gegen die Stackeln. Ah! Spiderman! Gleich hasse mich, ey! Kannst du beim Schwingen nach oben drücken oder so? Ja, ich bin dabei. Ich... Ja, guck. Schön nochmal Schaden... Oh, und nochmal Schaden. Oh, nochmal Schaden. Oh, nochmal Schaden. Alter! Mathilde, du bist gleich tot, Mann! Oh, da unten ist das Leben, Energie, irgendwas? Nee, das sind wieder neue Alters, die ich ansammeln muss. Jetzt haben wir... Das hat sich ausgelennt. Ach so. Jetzt müssen wir die Scheiße, Alter. Jetzt hab ich schon zwei Stück da oben vergessen. Ist das das Spielprinzip? Die ganze Zeit im Ernst? Wie soll ich da jetzt drankommen? Oh Gott, du stirbst gleich! Ey, Alter! Nicht nur die Stacheln, die machen Schaden. Das ist cool, dass wir aus der Regie, Regie meint, dass sie... Stacheln Schaden, Alter. Dass sie... Na, mir ist nicht so schnell eingefallen, Alter. Fügen sie hier was Lustiges ein. Oh Gott! Ah, das klingt schon. Dude! Ey, ich muss... Wow! Use your... Ey, ich hab doch schon die ersten Fragen gepennt, Alter! Use your force, Luke. Use your force. Use your force, Luke? Das Spiel. Was soll das jetzt hier sein? Alter, die gehen jetzt seit 100 Stück, oder was? Ja, übertreck mal ein bisschen, Alter. Und das war auch noch... Oh Gott, das war auch noch... Oh Gott, das war... Select Shoes. Ah! Geil! Ja, geil! Ich nehm Storm, Alter. Wolverine. Ich glaub, Storm ist das Schlau, Alter. Fliegen, aber bestimmt nicht in dem Spiel. Was war ihr Job? Hab ich nicht gesehen. Get ready, Storm! Was war ihr Job? Donner machen. Oh, anderes Level. Hä? Verstehe. Ganz kurz. Warte mal. Storm ist dafür bekannt, im Marvel-Universum zu schwimmen. Sie ist der Aquaman des Marvel-Universums, oder was? Guck mal, wie sie immer Luft holen. Ey, mal ohne Witz, was soll'n der Scheiß jetzt hier? Das ist doch jetzt... Man nimmt die... Daddy, look at me, I'm a Dolphin! Doc's Xavier, I'm a Dolphin! Oh, shit! Oh, Stacheln da oben, oder? Ja, aber wie komm ich denn jetzt Luft... Brauchst du die Luft? Ah, ja. Na, ist Storm, du brauchst Luft. Wie sie schwimmt! Oh mein Gott! Ey, ich dachte echt, beide steuert sich scheiße, ne? Ey, du bist gleich tot! Ich komm nicht mehr hoch. Ich häng mir so'n Glitch drin. Guck mal. Ja. Ah, die musste Seite, sonst kann die nicht hoch. Aber... Alles klar, war's schön mit dir? Adventurer. Adventurer. Job, Adventurer, Gambit. Kann man Gambit nehmen? Ja, okay. Was passiert mit ihm jetzt? Get ready, Gambit! Er fliegt wahrscheinlich in den Helikopter. Wow! Ich will es Karten! Karten! Und wird verhacht. Die Gegner sind Dinge ins Schachtfigur. Fuck! Karten! Was hat nun endlich Karten? Ach so! Hat noch 62 Stück. Alter, das Level. Das Spiel spielt wirklich... Das ist gerade echt... Was zum Teufel! Ich bin gleich tot. Da hat sich wieder der kleine Jafana gedacht. Irgendwas hast du gemacht? Ich komm mich da jetzt rüber. Der kann doch nicht schwingen. Holy shit! Holy shit! Okay, nächster. Jetzt Wolverine. Bitteschön. Oh nein! Oh nein! Boah, ich bin richtig am Schwitzen. Der kann doch nicht sterben! Get ready, Wolverine! Moment, er ist unsterblich, Alter. Wie haben sie das jetzt gelöst? Er sieht aus wie Batman. Der Löffel! Ey, das macht mich zwiegisch wörtlich. Guck mal, ich kann die raus und rein fahren. Was genau bringt das? Alles gleich. Bin ich schneller ohne? Ich würde Sinn ergeben, wenn du die Zahlen einfährst, dass du schneller bist. Ja, aber ich meine, was für einen Sinn gibt es, dass ich die raus und rein machen kann? Gimmick. Wir mussten den Knopf noch belegen. Ja. Wir haben noch einen Knopf. Alter! Yo! Ey, Kontext! Bitte! Ich schaff nicht! Kontext, bitte! Was passiert denn da, Mann? Was geht hier ab? Ey, du hast Storm, den einzigen Charakter, der da fliegen kann. Und wie machen wir jetzt Wasserleppel? Ist das eher in Ernst? Aua! Ist da noch einer? Was hat den jetzt, Alter? Das sind die voller Schocken. Ah, womit wirft der Schinken? Der wirft mit Hotter? Oh, ich weiß nicht, was du meinst mit den Ohren. Brennen. Brennen wie die Hölle. Was ist das für eine Scheiße? Ja, weiß ich nicht. Ey, ich raff's nicht. Die klauen, die sich kaputt lachen. Ich scheiß die mir ein. Gibt's einen Doppelsprung oder so? Nein. Ah, er springt weiter. Er springt ja weiter wieder. Ohne Dinger. Hä? Aber fährst du dir automatisch aus so in einen oder was? Nee, er springt nicht weiter. Oh, Jo. Oh, Jo. Oh, Jo. Really? 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 Du auch an dieser Spreitung. Was zweifelst? Es ist so grauenhaft gerade. Guck mal, ey. Der Zinsalat. Oh, die Mucke, Alter. Die klingt jetzt für nichts nach SNS. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh je. Oh nee. Oh, leck mich. Ich nehm Storm. Die kann fliegen. Es war mir viel geschwertig, ne? Dass die einfach im Wasserlevel hat. Warum? Die ist auch noch jetzt die Elektro. Ach, hier. Es ergibt alles keinen Sinn mehr. Haben wir noch Cyclops zum Aussehen gleich? Ja, ne? Ach, nö. Oh Mann. Ich fahr das mal ein. Vielleicht hab das Glück. Ich muss halt aufpassen. Wenn du gegen die Decke stößt, dann... Ach du doch nicht. Du musst gar nicht aufpassen. Was ist denn dein Problem? Das hab ich auch nicht so richtig. Boah, Alter. Boah, was ist das denn? Der schießt einfach mit. Alter, was schießen die da? Ah, Säge! Was war das? Was ist das? Er! Er hier ist das. Boah, Alter. Die mach du ja. Oh, Alter. Oh, ich bin tot. Game over. Jetzt haben wir natürlich das Cyclops. Das ist komplett von vorn. Oh, really? Nein. Hier. Aber volle Kanne hier, Alter. Das spiel ich nicht noch mal. Es ist der größte Scheiß auf der Welt, Mann. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ey, das Spiel spielen wir nicht mehr. Wir spielen jetzt gleich was anderes. Das ist grauenhaft. Das spiel ich gerade mal hier. Es ist zu grauenhaft. Ich muss gerade mal hier. Es ist zu grauenhaft. Ich bin gerade von meiner Smartwatch beschäftigt. Sorry. Das macht auch mal kurz für den alleine. Ja, weil ich muss meine Smartwatch. Ich muss gerade meine E-Mails abgeben. Und außerdem hat mir jemand bei WhatsApp geschrieben. Ja. Dann muss ich kurz meine Termine noch checken. Hier an meiner Smartwatch. Oh, an meiner Smartwatch aber. Nicht an einem Handy oder Smartwatch. Versuch du dich meistens noch um. Ach, scheiße. Auf keinen Fall. Spiel wir jetzt. Abbruch! Abbruch! Okay. Das war Spider-Man. Wie heißt das? And X-Men? X-Men. Tolles Spiel. Muss jeder spielen unbedingt. Empfehlung. Nice.